Friedeisberg ist besonderlich, weil wir sehr schön gelegen sind. Es wird viel Wert gelegt auf regionale Produkte und auch regionale Dienstleister, die man beanspruchen kann, was mir persönlich sehr wichtig ist. Wir sind ein eher junges, sehr dynamisches Team, das einem helfen kann, das auch in schwierigen Zeiten voneinander da ist. Mir gefällt hier sehr, dass wir gute Bezug zu den Bewohnern aufbauen können und dass sie uns sehr vertrauen. Ich arbeite auf einer geschlossenen Demenzabteilung. Es ist ein sehr spezifisches Fachwissen, das man da haben muss, was man sicher auch hier im Betrieb erlernen kann. Eine neue Person kann von uns erwarten, dass wir offen sind, hilfsbereit und zu Gute einarbeiten. Also sicher ein gutes Fachwissen ist sehr wichtig bei unserer Pflege, damit wir den Menschen gerecht werden können, unsere Fähigkeiten und Kompetenzen richtig anwenden können. Und bei uns ist es sehr wichtig, dass man ein wenig Humor mitnimmt, eben so, dass man zum Teil auch schwierige Situationen oder herausfordernde Situationen gut meistern kann. Wenn man ein tolles Team sucht und eine neue Herausforderung, dann soll man sich doch im Friedenspark bewerben.